so leulies wir machen jetzt weiter hier mit einer kleinen runde hier super mario 3d dann habe ich aber auch drauf wirklich alles super mario 3d hat ja auch mal wieder sein platz ist auf die karte genommen und ja weil es werden wir auch ist keine sorge macht euch nicht damit verrückt ist weil es bleibt in ein paar wochen nur jetzt ist noch nicht die zeit dafür aber bald ich verspreche euch das so genau ja ich freue mich drauf und heute mal ganz kurz müssen spielen hier spaß haben und ja letztlich angespielt kann man sagen wird angespielt okay ok 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 jetzt bist du willkommen ich hatte ja schon ja ok nach cool und gut auf jeden fall super mario 3d land die musik so schön ich würde sagen ich bin einfach jemand cooles level ich würde sagen einfach mal das mal hier jedoch ging es kein fan von diesen boss kämpfen in diesem spiel aber die level den cool aus klar erst gehen los was schlischen fläche land habe ich noch haben wir hier am start ich kann sprechen werden austronaut der richtig richtig große erfahrung hat kann man sagen ja wirklich ok aufpassen ist gemein hier aber auch irgendwie cool es ist so cool gemacht irgendwie schneller hilfe immer aufpassen auf diese ganzen sprünge hier aber auch richtig schlecht gemacht ich habe nichts wichtiges oder ich glaube nicht auch da hat mich auch mal nicht dummer mensch ich bin mich ja ich bin ich ja ich bin ich ja ich bin ich ja er passiert mal ist doch nicht so schlimm aber jetzt haben wir hier eine sache hier am start als klar sehr schön ich würde sagen weil der geradeaus noch hierhin ok alles klar da auch wichtig und richtig der weg glaube schon leute genau so ist da auch richtig oh mein gott hilfe gott war auch richtig cool gemacht eigentlich diese coole level art sehr schön blumen ohne schwarze rand jura sehr schön gemacht ist mir aufgefallen dass das so ist dieses spiel aber ist echt cool ohne schwarze rand das ist nicht so bei mario was nur lag auf keinen fall so dann ist ja ein kuhle 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 schafft sagt du also es wird aber ich glaube ich werde in ein paar wochen dass du machen würde ich erst mal so drei vier fünf parts mache wo ich halt das genauso machen wie den super marie dran die wird die top besten level war ich immer so habe ich mir überlegt das habe ich eine gute idee und diese mucke zu holen ich würde sagen wir schaffen dass keine will mehr aber wir können ja jetzt noch dieses coole wir machen hier diese aufgabe die wir jetzt noch auf spaß machen also lässige augen auch eine gute aufgabe kann sagen sehr schön ich danke euch dass ihr dabei gewesen seid da dass er dabei gewesen sein und ja jetzt bin ich auch einig zufrieden ist ein cool part und jetzt hört euch nochmal diese cool musik an vielleicht wieder für euch da bis zum aufgabe bis zum bis zum bis zum bis zum bis zum bis clo